Moin und herzlich willkommen in Hamburg in dem DBN-Studio heute mit unserem langjährigen Freund Patrick Klapfank. Wir geben euch ein paar Hintergrundinfos zu unserer Kollabo namens Quick Quack, die 2. Februar, 3. Februar auf Big & Dirty erscheint. Here we go! Das ist in der Tat eine sehr lustige Geschichte. Wir kommen nämlich eigentlich ja ursprünglich alle aus Deutschland, aber wir haben uns das erste Mal vor ein paar Jahren in Miami kennengelernt, lieben gelernt, schätzen gelernt und ja, sozusagen kann man sagen, der Funke sprang über. In Miami. Ja, ganz einfach. Wir haben vor circa 5 Jahren schon mal eine EP zusammen gemacht, die Sushi-EP auf WePlay und seitdem sind wir eigentlich immer in Kontakt geblieben und sind inzwischen über die Musik hinaus auch gute Freunde geworden und ja, es war einfach mal wieder an der Zeit, dass wir zusammen da nun mal raushauen. Ja, das Besondere ist in dem Fall eigentlich, dass wir das Thema Ghostproducing ein wenig aufgreifen wollten, in aller Munde der Zeit, regen sich viele drüber auf oder auch nicht. Wir haben uns gleich vier Ghostproducer ins Haus geholt und ja, wie die aussehen, das seht ihr jetzt. Und da halten dann alle straight da rein oder drehe ich mich auch mal zu wieder? Ja, da wurde es gekonnt. Da wurde es gekonnt. Da wurde es gekonnt.